Was ist das für dich? Ich bin gut betreut. Auch auf meine Ängste wird ganz liebevoll eingegangen. Das muss ich wirklich sagen. Das begeistert mich. Und ja, wie gesagt, dieses Kompakte in der Behandlung. Also in einer Woche habe ich mehr erledigt als sonst im halben Jahr. Was ist das für dich? Was ist das für dich?